Hallo vom Motorschirmtreffen in Beinstelt. Wir sind hier mit dem Upco Team am Wochenende und haben schon ziemlich gute Flüge gehabt. 100 Piloten waren heute beim Treffen, beim Gruppenfoto. Das sah richtig cool aus. Wir haben hier ganz viele Demo Schirme ausgegeben. Man kann hier ganz entspannt jeden Schirm testen. Schaut euch den Himmel an, was hier abgeht jeden Tag. Das ist der Oberknaller. Endlich hier in Beinstelt 2023. Yeah! Ja! 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 Bis zum nächsten Mal.